Langzingdamm Ein Wasch Zum Glück ist in Wasch nicht so viele Panzer, ne? Ein Wasch ist eigentlich, soweit ich weiß, nur Infanterie, oder? Nee, Infanterie und höchstens zwei Panzer oder so zwei Fahrzeuge Also Panzer oder so, äh, Schützenpanzer Und Quads sind, glaub ich, unendlich wie in jedem OR-Bogen drin, glaub ich Also es ist eher ausgelegt auf, äh, wie ein Deathmatch auf, ähm, Infanterie gegen Infanterie Mhm Und wir sind Anwalt, ne, wir sind Verteidiger Okay, bei mir sieht nur alles aus Jetzt, jetzt legt das nach, okay Ähm, du kommst ja zu mir rein, ne? Dann mach ich bunt mal Ein Spot auf, wir sind Echo Okay, ein Helikopter, ich hör mal da Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Bei den anderen, bei den anderen, okay Ich hab' aufgemacht, Echo Gut, dann mach ich Echo zu, damit wir alleine sind, wir beide Hab' ich nicht mehr Wir sind Verteidiger, ne? Ähm, hast du die Booster aktiviert? Ne, aber, äh, doch 37 Minuten häufig noch Guck dich mal da oben hin Und, kannst auf B gucken Kommen die von da hinten? Na ja, tatsächlich Ja Hm Warte nach Ich hab' aber keinen Scope Ich hab' den Punt, äh Ich hab' die drinnen Ich hab' die drinnen Ab ihn Ja Ja Nee, auf der von der anderen Seite, komm nie Ich hör' das gleich ein, guck mal, das haust du dem hinter dir an Hm Hm Mensch Granate, Renate Ja Ja Ja, mein Typ labert Ja, mein Typ labert Mein kein Ding Ja, mein Typ labert, aber Das klingt nicht Na gut, da haben wir jetzt so ausgestellt, aber Ich müsste einmal sterben, damit ich eine Panzerfaust holen kann Weil ich den am Bot noch drin habe Ich hab' keine Mönchung mehr Ähm Läuft Ist das tot? Er wird auf sie Nein Warte angezeigt, aber Nicht dir, aber ist fein Hier hast'n Sturmsoldaten Wenn du Monitoren brauchst Kannst du den nehmen Sturmsoldat ist'n Der ist hinter dir umgekippt Hmhm Boah, ich höre schon unsere Raketen Ich hole es 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 Wer ist einfach rein? Lass mich durch. Ja, jetzt haben sie sich umgelegt. Aber so viele Panzer sind hier gar nicht, ne? Hm, das muss ja sein. Hey, da oben ist ein Geschütz drauf. Ah, bist du auch Pionier? Hm. Wegen Panzern und Helikopter. Hm, hm, hm. Da ist doch schon da. Pick mal einen Mien. Da kommen zwei runtergesprungen. Hm? Hm? Hey. Ja, das ist ja nicht so schnell. Ah, von den Kollegen. Konü konü. Ähm. Warte, ich überlege. Du spielst ja Pionier, ne? Entschuldigung. Werde ich für dich Versorger spielen. Ja, du sollst irgendwann nicht beitreten. Äh, ne. Du musst bald, äh, China spawnen. Zuck. Ja, ey. Werde ich für dich, äh, Versorger spielen, damit ich dir irgendwelche Zungen geben kann für die Raketenwerfer, okay? Boah, Alter. Ähm, das Haus ist eigentlich nicht. Oh je. Da war einer. Da ist noch einer. Ja. Oh, gut. Hm? Hm? Nö. Hm. Ach natürlich. So, die meine Krakete ist getötet. Mal nachladen. Mal nachladen. Da. Helikopter? Ne, Raketen sind so lustlos. Was ist das denn? Welche Raketen hast du denn? Oh, Morph. Oh, hier. Keine Ahnung wie meine Krakete ist. Die ziehen alle zu früh ihren Fallschirm, Alter. Ja, das war's. Kann ich dann doch auch... Wo war ich... Ich muss aber sogar, ich bin damit die C4 frei beschreiben können. Ich bin da, junger Mann. Hier ist Munition. Hm. Ey, Züttle. Droppen. Der müsste jetzt außer Gefecht sein. Jawohl. Nein, der schieß immer noch auf mich, der... Der ist zu schnell. Ich höre ihn mit auf Pionier. Ähm, hast du auch einen für die Panzer oder nur... Nämlich einen für die Helikopter. Einen ab, äh... Ich hab einen für beides. Okay. Weil der jetzt wegzieht. Aber wir haben gewonnen. Oh, Schiss. Schauf, Mann, Alter. Was ist denn hier? Gut verteidigt, ne? Alter, Scheiße. Ich hab irgendwie eh gewonnen. Ohne wie es gegen ein... Lootteil ist, das ist fast nutzlos. Ich hab extra eine Springer... äh... Singer-Rakete genommen. Deswegen aber... Ich hab den in die Helikopter nicht gesehen. Level 60. Ein... Ja, ich nehm wohl wieder... Pionier... Echt umgewehr. Ist umgegangen doch... Unsere erste... Runde... Keymailer ... Ach kommerista... Wei... Mach mal. 13 bois. ите от kenneld. Hans Søder. Äh... Krique. Mach mal. Bis zum. Flug. Herz. Aaah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020